Ja Hallihallo meine Freunde Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Fall Guys oder Fail Guys Besser gesagt bei uns. Wieder mit am Start sind die gute Laura, die Monster Keks. Ein bisschen leiser heute, weil letztes Mal ihr Mikrofon so gegratet, ihr habt es gerade gehört. Und der gute Daddy, der CKG Gaming, ja man aus Österreich, hier mit am Start. Hallo, grüße. Yeah, das kann ja nur tief gehen. Bei uns drei, Bagger Looten. Oh ja. Das Witzige ist, ich habe mittlerweile zweimal das Spiel gewonnen, ohne aufzunehmen, aber sobald ich die, aber ich habe ja Zeugen, ne, Laura Daddy seid ja Zeuge. Ich habe die Krone wirklich geholt. Aber eben, das klappt immer nur, wenn man sich voll konzentriert und nicht nebenbei die ganze Zeit labern muss. So, ich bin hier eine kleine Blume, ihr seht schon, im Outfit zugelegt. Daddy ist ein richtig cooler Pirat. Und die Laura ist irgendwas Gesprenkeltes. Ich bin eine halbe Zaube. Eine halbe Zaube. Also auf einem Ohr nur. Nee, ich habe eine halbe Zaube nur. Du merkst, bei mir nicht gereicht als Zaube. So, und wir haben hier die Wippen, ihr seht schon, umso mehr kleine Vollgeist auf so einer Wippe sind, umso schräger wird die. Und man muss dann hier ganz schön kämpfen, wieder hochzukommen. So. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, zack, 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 blau. Ja, ganz stark. Achso, kleiner Tipp bei den Wippen ist, nicht hüpfen. Hier, sonst rutscht man ab. Also immer nur laufen. Ich habe das gerade mal demonstriert. Locker zieht mich weit vorne. Genial. Oh, kann ich jetzt mal bitte wieder hochgehen? Oh nein. Oh nein. Nicht, dass jetzt mein... Super, Juni. Ah, jetzt sind wir draufgekommen. Nicht, dass ich das jetzt gezeigt habe, demonstriert habe. Nicht, dass mich das jetzt hier und sie kostet. Nein, nicht ganz schräg werden, nicht ganz schräg werden. So. Nein, komm. Danke, Laura, du hast mich gerettet. Aber dadurch, dass du das ein wenig gleich gewippt hast, bin ich nicht... War ich richtig auf der Kante. Also ich war auf der... abgestürzt. Auf der hohen Kante, ja? Das war ziemlich schräg. Nein, jetzt bin ich alle, jetzt fliege ich alle. Scheiße. Jetzt, ich war hinter dir, Laura. Ich rutsch immer alle, wenn ich auf den Scheiß Wippen ruf da. Verdammt noch einmal. Ich bin mal ins Ziel gesprungen. Oh, fuck! Nein, nein, nein. Oh, okay, wo ist Laura? Können Sie unten zuschauen? Das ist Daddy. Daddy hier mit seiner neongrünen Hakenhand hier. Alte Pirat. Ich leuchte in der Nacht. Yeah. Du kannst den Heim leuchten. Das war jetzt knapp. War eine schöne Rolle. Das war... seitliche Rolle. Oh nein, 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 zieh dich hoch. Nein, 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 nein. Und keiner ist? Ja. Keiner hat mich gerettet. Die Laura ist im Züge, keiner hat mich gerettet. Oh, Mann. ich bin allein auf weiter flue ja nicht ganz so allein hast du noch ein paar trottel dabei aber manchmal also wenn wir das spiel hinterdenkt man sich manchmal ich muss euch hier richten aber mir richts keiner hin das geht ja nicht mehr aus einer 40 ich glaube das war's nicht das was für mich ich schaue ich zu schade 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 mann na gut wir gucken mal wie weit wir zu kommen ansonsten machen wir dann einen kurzen schnitt und machen dann die nächsten runden wenn ich normal rede ich muss nicht lauter zu reden aber wenn ich frei ist ist gut wenn ich leiser bin ja weil es hat dann doch ganz schön übersteuert aber das ist halt das ist der Aufnahme von einer Playstation Party das ist ein Emotionen-Purna aber es ist halt eine Playstation Party Aufnahme und ach alles gut ne Playstation Party ist halt immer du kannst eben hinterher nicht so gut bearbeiten wenn du jetzt eine externe Audiospur dann hast jetzt über Discord oder über TeamSpeak bei Playstation Party aber jetzt nicht lauf uns Failgeist spielen ja Failgeist der ist ja schon raus der hat schon gefehlt ich bin raus ich schaue euch zu und wir sind wieder auf dem Rollfeld seit ich hier zweimal runter gefallen bin mag ich dieses diese Map nicht mehr hier ne ich mag die Sachen immer nur so lange wie ich sie kann also das muss nicht mehr funktionieren jetzt ich schätze ja ja ist so ist ja wirklich so wenn das dann nicht mehr geht es blüht okay Laura du bist ja du bist ja hier voll noch mit am Start ne ja noch bin ich ja mit am Start ne am Stizzle Whistle das erinnert mich ja wie wie es wie es wie es wie es wie es Kogo bei einem bei einem Metal Konzert die kleine Blume ne Danny ich schau der Blume zu ja ich kann hin und her switchen einmal Blume einmal gesprengt gesprengelt halbe Taube also nur auf einem Ohr warum gibt es da kein ganzes Kostüm warum eine halbe Taube ja man muss doch mal warten bis das im Topf dann äh im Topf ja im Topf im Shop freigeschaltet ist ja ja ich hab ja auch ein ganzes oh nein oh nein das wird knapp oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott 4 noch 4 müssen überleben 3 noch 2 noch oh 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 3 noch 2 noch ihr schafft es oh 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 2 noch 2 noch 1 noch 1 noch 2 Laura wurde eine Sadrann oh nein Oh god oh 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 da müssen wir wieder trösten das ist immer Mist wenn nur noch einer übrig ist der eine bist du dann aber Laura du hast dafür gesorgt dass ich mich auch wenn es jetzt wieder total übersteuert alles gut aber du hast dafür gesorgt dass ich weiterkomme siehs mal so du hast dich geopfert genau richtig das war ein Opferer oh nein nein alles klar nur mehr habe ich nicht oh Gott nein ich hasse das ich hasse das ich hasse das ich treffe die Ringe nie jetzt ich habe das nicht Leute wirklich bekannt als ich stehe bei euch das wieder nach oben Laura der hat sich gestern kaputt gemacht so wenn man einen guten rankoppt bei einem anderen die ich gespielt habe war es ganz super na was ist, bist du da deine? heeeeyy programmer auf neuem Level da ist ein Ding das ist rot rot to glory so kommt aber wir haben erst elf das der goldene nein blau hat sich ein goldene geholt was zählt er denn? oh der zählt 5 oder was? damit sind wir letzt dran oh nein diese blöde andere hast du gesehen wie ich den jetzt geholt habe? das war geil oh nein da geht er auf einmal weg das gibt es nicht gerade eben hinter noch ein ring zack wird doch langsam wird doch langsam heimlich so 31 mein gott den hast mir sicher nicht ja entschuldige warte ich hol den hier oh fuck nein was macht mein team was macht mein team 15 Sekunden 36 15 Sekunden den muss man holen jetzt ich konnte nicht mehr ich hatte kopfschmerzen hinterher bin wirklich an jedem ring eingerastet ne war so ein pech entweder hat mir einer vorher weggeschnappt oder ich war einfach zu blöd da durchzuspringen immer total das falsche timing daneben obendrüber da findet die laura die laura die das wisst ihr ich habe mich gefühlt als wäre ich ohne hose in die schule gegangen so war das ungefähr das gefühl das war ein liebevolles auslassen ja das war peinlich vor allem können ja alle anderen auch zuschauen ne die vorher ausgeflogen sind aber jetzt war es gut und jetzt kommen uns hier so so hindernisse entgegen mein nippel von der flasche ist weg äh mein deckel der nippel mein deckel ist wieder hin der ist runtergefallen du musst nur die lasche durch den nippel ziehen richtig nippel durch die leiter ziehen oder? ja nur bei uns bei uns nicht oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh lass mich durch lass mich durch ja wo ist die blume ah da ist die blume ja das blümchen das blümchen das dicke blümchen das sechnaftige blümchen gibt es ein sehr kein blümchen das schaffst du dir das oh das blümchen aus dem Handgelenk ja ich hoffe halt immer du musst halt immer mit der dummheit der anderen hoffen und rechnen ne? genau so 2 von 14 sind erst raus also die spielen hier alle gut mit ja dann gut dabei zack wenn es dann schneller geht kannst du dann auch mit der anderen ja das wird jetzt wieder schneller oh 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 nein alter ein Mächt es wird noch mehr Glück als Verstand hier ja ich bleib gleich hier hier kann ich das hüpfen ne? durch die Ringe klappt das nicht? ja boah auf dem Hosenboden gelandet oh Gott jetzt wird's geht los jetzt gibt's ja Synchronspringen jetzt wird's los ja Synchronspringen das ist so lustig und wo's ist wenn jetzt die Zeit orennt? dann oren qualifiziert dann oder was? ja das sind aber schon viel krass dann aber viel qualifiziert nicht schlecht mal schauen das Teamspiel war ja schon ne? jetzt das Finale schon kommt mit zu vielen Leuten das Finale kann man jetzt ja das sind aber viel fürs Finale das sind aber viel fürs Finale oh 10 Leute fürs Finale das ist echt so viel das ist echt so viel also wenn das mit den Platten kommt dann hast du gleich verloren bei 10 Mann genau ja aber das Finale mit die Schwänze also das ist auch schaust ja ja die Platten war ja klar das war ja klar super Mist Mist und 10 Mann die klauen dir natürlich jetzt alle Platten ja klar ich hab's ja auch wie im Finale war mit den Platten 5e aber ich hab's auch nicht geschafft aber ich mein aber mit 10 ist sie noch schmarrer also fuck ok jetzt muss ich mich echt konzentrieren nein 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 ich hab's gewusst ich hab's gewusst direkt bis ganz runter oh weh und jetzt kann doch durch scheiße oh machen wir das Sintflut echt ich nehm jetzt den anderen die Platten weg genau wegge so aber ah ha 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 das war ein Schicksalverknopf hui so ihr könnt mich jetzt mal stiesel wot wot ich hab das jetzt gemacht ha ich soll jetzt so aus der zu kurzen der Luft schweben ich? ja ich cheater ok jetzt muss ich runter nein 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 ok ziemlich weiter ja oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott das war's glaube ich ach wie das schon ganz viel das ist die letzte Plattform ja ich will dich nicht unter Druck setzen rocke ne alles gut unser tier ist das Ende das war's scheiße nein oh man tschüss mal gefallen weißt du das war ein bisschen war ein bisschen Mist vorgerunde oh ich hab ich hab ich spiel nebenbei noch ein fredes Spiel das ist such den Deckel von der Flasche das ist cool das kenn ich gibt's also ähnliches im Appstore such deine Brille es gibt Wetten ja ist voll über beide Kauz gewollt ja denke ich seitlich aufgekommen und dann bropp weg ja ich will meistens das Spiel such den Schlüssel such den Schlüssel ist auch gut such den Autoschlüssel ja super na such das Handy such die Fernbedienung ok ja such die Fernbedienungsakku ja na spielt sich halt meistens im Wohnzimmer dann ab such die Fernbedienung ist ein Spiel für die ganze Familie ja wer es zuerst findet Doppelumscheid und ist kostenlos ja natürlich gratis alles gratis ich bin so in der Mitte ich bin erster ich seh dich Laura ich seh dich hier vorn mit dem rosa Pfeil ist die Laura und hinter uns links von uns unserer Sicht aus ist der Daddy nein und ob ich gerade so und ab geht er bin oben natürlich ich hab einen Abflug gemacht oh man ey wie die Irren hier wie die Irren Irre Irre ja ja jetzt geht die Tür zu jetzt gehts wieder auf ich will da auch durch ich will mich auch durch ich will mich auch durch oh katsu oh alter nein ey wenn du da so mitten in so einem Pulk bist ne und wirst mit allen anderen runtergekegelt du kannst nichts machen du kannst nie ganz genau du kannst nie ganz aber ich bin gut noch tot noch im Rennen kommts 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 das geht sich aus juhu ich bin auch drin ich bin auch drin und Laura auch noch mit drin ja mann sehr gut geht gut los geht gut los ja gärchen Läuft bei uns. Ich fühl mich wohl mit dem Blumen-Outfit. Weiß nicht. Solange du draußen wirst, bist du in Bewegung. Naja, man sieht, an so einer Blume ist es immer viel Luft nach oben. Ständiges Wachstum. So, wenn man gehegt und gepflegt wird, natürlich. Okay, okay. Türen durchbrennen lassen. Jetzt ist es gut, wenn wir nicht ganz vorne sind, damit wir nicht die Ersten sind, die mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Außer man die richtige Türe. Der typische Takeshi's Castle spielt. Takeshi's Castle, genau. Takeshi's Castle. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe immer die Leute daneben so geil. Das macht man sich immer mega. Und los. Ich warte erst mal, bis die hier durch die Türen brechen. Hier, hier ist es offen. Ach, da wäre auch offen gewesen. Oh, verdammt. Okay. Oh, nein. Daddy, daddy, los. Wir machen hier rein. Jawohl. Und hier Mitte durch. Ich bin nicht vor dem Puls dran. Nein, nein, nein. Bei allem gibt es hier kein Muster, ne? Die Türen sind wirklich immer random. Man kann nicht sagen, dass es immer die gleiche ist. Alter, was soll das denn? Jetzt laufe ich, jetzt laufe ich, jetzt laufe ich. Oh, als Dritter. Ich bin hinter Daddy. Zieht, 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 zieht. Jammer. Was? Scheiße. Nein. Wir sind vor der Zügelinne. Beide raus. Beide raus. Ja. Oh, nein. Ihr könnt mich doch in dem Teamspiel nicht wieder alleine lassen. Es sind ganz leid, aber ich wurde voll gemoppt. Ja, bei den letzten zwei Türen, da hat es sich ziemlich gestaut und bin nicht weiter. Und die Wüter, beim runterhupfen, vierigjumpen auch, haben sie mich runtergekauft. Ja, das gibt's. Ich bin der Top-Springer, keiner. Dann war ich ganz hinten. Und da schaffst du es dann nicht fähre. Das ist halt Mist, wenn hier meint es dann halt wirklich Trolle, ne? Oh nein, nicht diesen Schleimkraxlerweg. Lauf der aufsteigenden Labe davon und überwinde Hindernisse, um die Ziellinie zu erreichen. Also, von unten steigt jetzt Schleim auf und man muss immer höher kommen und dann ins Ziel, damit man nicht von dem Schleim erbischt wird. Sobald man vom Schleim erbischt wird. Der Schleim ist die ganze Rotte auf der zweite Zeit. Richtig. Guck mal, ich war gerade ganz vorne, dann hing das Spiel kurz. Das gibt's nicht. Jetzt bist ganz hinten. Ne, also ich war ganz vorne und dann hat das Spiel gehangen und dann war ich nicht mehr ganz vorne. Oh, ey. Seid Mist, wenn du da solche Trolle hier unterwegs hast, die eigentlich nur dafür da sind, anderen Leuten das Spiel zu verderben, ne? So, ich will rechts halten. Oder die sind halt wirklich so dumm. Das darf man ja nicht unterstellen. Ne. Oh, das hier, hier, hier hast du gesehen? Ja. Dieser Plöpskopf, na? Dieser, dieser halbe, halbe Zitrone? Ihr wollt ihr einen festhalten? Ja, genau, der hat die festgehalten. Und das ist dann halt diese... Oh, da kommt er ja, der Schleimkopf. Ja, ja, der Schleimkopf, ich seh's schon. Ich muss jetzt echt Gas geben. Oh, das gibt's nicht. Da unten war der Ecke. Lauf! Lauf! Alter! Komm, schieb mich mit. Ja. Okay, 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 okay. Okay. So, Kurve kriegen. Wo ist das Schleim? So. Wow. Wow, 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 wow. Oh, die Ratte. Hast du das gesehen? Ja. Aber nichts da. Ja, kennt mich mal. Du bleibst vor der Zündlinie stehen. Um dich aufzuhalten. Du hast es nicht durch, die Idioten. Dann sind's durch, kannst du die Idioten. Nee, die wollen die anderen Leute noch ärgern. Naja, Trolle halt, ne? Keine Freunde zum Spielen. Da bleiben sie stehen. Guck, der fällt noch, der Kaktus ist noch runtergefallen. Schade. Oder die haben Freunde zum Spielen und wollen, dass die es noch schaffen und wollen andere aufhalten. Das kann auch sein. Das kann auch sein, ne? Und dann sind sie auch wegflogen und dann sind sie selber eingegangen. Ja, richtig. Der Kaktus hat bestimmt noch zu denen gehört, weil die sind ja danach gleich ins Ziel, nachdem der Kaktus raus war. Nee. Richtig. Also noch zehn Leute, ne? Hallo. Bin gespannt. Teamspiel Fußball. Sturzball, Absturzball. Ja, Sturzbach, Auerabzock. Abzock, Sturz. Auf dem hast du eine richtig geile Runde. Ja, ne? War gut. Das war ein bisschen annähernd hier. 6,2, glaube ich. Aber vorhin waren wir gelb. Der Daddy hatte vorhin eine geile Runde mit 7 zu 1. Mhm. Das war super. Und wir haben keinen Torwart. Lass mich raten. Oh ja, na toll. Boah. Das ist mit dem Ball für die. Nee, den auch nicht. Oh ja, doch, doch, der hat ein Gold. Nein, nein, nein. Oh, das ist ja gemein, ey. Oh, der Blaue hält ihn selber rein. What the fuck is here los? Na, der Blaue, der hat zwei Stück selber reingehauen hier, der Dinosaurier hier. Ein schlechtes Team. Ja. Kacke, kann ich machen, was ich will hier. Ja, Freunde, müssen die zwei bleiben. Der Nächste hat schon wieder einen rein. Hinten müssen zwei bleiben, damit sie nicht hoch werden. Vier Eigentore. Ja. Nein, Gott. Vier Eigentore. Fünf Eigentore. Bieter hier. Zwei. Ich glaube, das machen sie absichtlich. Ja. Guck mal, wie schön. Alter, konnte der ja gar nichts machen. Nee. Das macht geile Kopfwelle. Da macht der Essen. Also das gelbe Team ist auf jeden Fall viel, viel besser. Ja. Naja, wenn wir hier die ganze Zeit Eigentore machen. Hier, die rennen schon wieder in die falsche Richtung mit dem Ball. So. Vielleicht wissen sie es nicht, dass ich es da nicht reinwerfen darf. Jetzt mach ich den! Oh, nein. Voll im Gesicht eingerastet. Bitte nehmen wir hier oder am nächsten Ball voll rein. Aber der hier nicht. Tor. Elf zu null. Wenigstens ein Erhentor misst schießen. Mach ich jetzt. So, eine Tor. Oh, der hat so bad gewährt. Und das nächste Tor. Nee, doch nicht. Gib's doch. Ja, jetzt. Sag mal, sind wir in Unterzahl? Sind 4 gegen 5? Ähm, und ich hab eigentlich verlaufen. Wir sind 4 gegen 5, anderen Unterzahl. Nee, ihr seid nur noch zu dritt. Zu dritt. Ganz steig. So. Oh, na, das ist ja. Dann brauchen wir doch so ein Spiel nicht. Spielen, Mensch. Ihr seid nur noch zu dritt. Ja. Ja, wie soll das gehen? Oh, ich bin am verlieren. Nee, da gehe ich raus. Du, ich bin nicht am zu tun. Nein, ich bin für die. Der Ende der Roller noch schön gefallen. Oh, und ich versuche ja alles noch zu aufzeiten. Oh, ich schaue doch das an. Das ey, komm. Nee, da könnte ich mich so aufregen. Da braucht man kein, kein Multiplayer-Spiel zu. Oh, Mama. Mama, ich hab schon wieder verloren. Du bist der und eurem Team einfach rausgegangen. Bist du verrechtert. Mein Gott, ey. Kann nicht sein. Na gut, Leute, aber trotzdem, hat Spaß gemacht. Da? Wir sehen uns in einer anderen Runde wieder bei Vollgeist. Muss man kurz Prost abbauen. Äh, ja, bis später. Danke an Monsterkicks und danke an Daddy. Bitte, tschüss. Wir zocken noch ein bisschen weiter, ne? Gut, ciao, Leute. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.